Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kryptogramm mit Matthias Rieder, dem Kryptoexperten aus Österreich von Rette Dein Geld und mir Finanztieber Katja Eckert oder alias Kate. Ich bin heute richtig froh, dass ich ein geiles Thema für euch vorbereitet habe mit dem Matthias, aber zuerst folgt der obligatorische Disclaimer, der Haftungsausschluss, denn wir haften nicht für die Aussagen, die wir in diesem Video treffen. Wir haben selbst die Coins im Depot und wir möchten euch davor warnen, dass gegebenenfalls ein Totalverlust drohen kann. Ihr selbst trefft die Entscheidung, welche Coins ihr handelt. Finanztieber.de und rettet dein Geld, übernehmt keine Verantwortung für die Vermögensschäden und Verluste, die infolge der dargestellten Wertpapierpräsentation entstehen und es ist auch keine Steuerberatung. Und wir weisen darauf hin, dass die Anlagen, in Aktien, ETPs, ETNs oder in die Coins ein Risiko für den Anleger darstellen. Im schlimmsten Fall, wie gesagt, droht euch ein Totalverlust. Los geht's und zwar mit einem fetten Gewinnspiel. Ich habe nämlich ein schönes, schönes Buch für euch, beziehungsweise die Jessica. Die Jessica Schwarz hat wieder ein Buch geschrieben, die haut echt ein Ding nach dem anderen raus und ich bin total neidisch, weil ich denke, Jessica, wie machst du das? Ich will auch mal ein neues Buch schreiben. Matthias, wie wär's? Und zwar schreibt unter diesem Video Hashtag Gewinnspiel. Am 1.9. ist der Einsendeschluss und ihr findet unter diesem Video die Teilnahmebedingungen. Der Titel lautet, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann. Also Leute, ich wünsche euch viel Glück. Und wenn ihr auch Bock habt auf weitere Gewinnspiele, wir hatten ja den CEO von Coinbase Deutschland interviewt und auch hier gibt es ein Materialist-Gewinnspiel. Ihr könnt das unter dem Video mal einsehen, was ihr da machen müsst, denn da hatten wir eine Gewinnspielfrage. Los geht's mit dem heutigen Thema und zwar bin ich ja total abstinent von finanzdiva.de in letzter Zeit, weil ich nur noch auf YouTube rumhänge und den Charles Hoskinson stalke. Ich muss gestehen, bin so Charles verliebt, dass ich meine goldene Regel ignoriert habe und dagegen verstoßen habe, denn ich sage mir immer, ich halte mich immer an einen maximalen Betrag, den ich pro Coin oder pro Aktie auch investiere, damit ich nicht blind wertvoll liebe und einfach drauf losballer all in gehe. Und ich habe gesagt, ich habe bei Cardano, denn das ist der Cardano-Chef, mächtig aufgestockt und alle anderen Coins links liegen lassen. Hätte ich doch mal mehr Bitcoin vielleicht gekauft oder auch mal Tesos oder auch mal Ethereum aufgestockt. Nein, ich bin immer weiter in Cardano verliebt gewesen und einfach rein, weil Charles Hoskinson ist nicht nur Selfmade-Milliardär, ich bewundere ihn für seine Vielseitigkeit. Der sammelt in seiner Freizeit Pilze, wahrscheinlich isst er die auch, weil ich glaube immer, dass er einfach so schräg unterwegs ist. Er filmt nachts, wenn er Pilze sammelt, also welcher Mensch sammelt nachts erst mal Pilze? Vielleicht haben sie zu wenig Zeit tagsüber. Da filmt er auch die Tausendfüßer, die da vorbeilaufen und stellt ihr auf Twitter ein. Dann hat er jetzt eine Biotech-Firma gegründet, denn er will was gegen Anti-Aging und regenerative Medizin tun. Er kommt aus einer Ärztefamilie und er sagt immer, die Ärzte behandeln immer die Krankheiten mit Medikamenten. Aber eigentlich bräuchte man etwas, das wirklich die Krankheit wirklich an der Wurzel packt und bekämpft und nicht nur die Probleme lindert. Und ich denke auch, was ich cool finde an ihm ist, dass er so empathisch ist. Das heißt, er sagt immer, er hat ja auch eine Farm und da züchtet er verschiedene Tiere. Ja, und er sagt immer, den Viechern ist das scheißegal, ob du arm oder reich bist. Das macht es ihn irgendwie sympathisch. Und da dachte ich, cool, er ist ehrlich, also er kommt mir so vor wie ein Workaholic und wie ein Genie und nur ein Genie, das auch von Ethereum herkommt. Also er ist mit der Co-Gründer von Ethereum gewesen. Der kennt die Probleme von Ethereum und er hat sich als Ziel gesetzt, ein besseres Ethereum zu basteln, das schneller ist, kostengünstiger. Und er gibt, wie gesagt, Vollgas. Und demnächst im September ist wieder ein Event, ein Cardano-Event. Da denkt man natürlich, oh, oder cool, es könnte weiter steigen. Dann hat er jetzt ein Alonso-Update verkündet und auch das heißt, Cardano wird wieder abgegradet und verbessert. Und auch hier sehen wir einen Kursanstieg. Ich bin eingestiegen, weil ungefähr 55 Cent im Schnitt habe ich gekauft. Das war der zweite Coin, den ich mir nach Polkadot gekauft habe. Und ich hatte ja am Börsenspiel teilgenommen und da meinte der Kolja Barkhorn von Mallorca, wir haben uns kurz unterhalten, ob ich den Cardano kenne. Und ich, nö, muss man das kennen? Ja, gleich mal Cardano gegoogelt und dachte, oh, war ja unter den Top Ten. Habe es mir ins Depot gelegt, habe mich natürlich jetzt eingelesen, CEO gestalkt und war so begeistert. Und seitdem denke ich, bei mir sind schon die Warnlichter angegangen, weil ich glaube, wenn jemand so blind einem CEO folgt wie ich auf einmal, das ist so eine Art Guru. Der hat eine riesen Community, weil die alle so gierig sind wie ich wahrscheinlich und denken, oh, der wird den Cardano-Preis pushen gestern Nacht um halb zwölf. Ich schlag nicht im Bett. Nein, ich habe Cardano-Chef-Video geguckt, weil er hat gesagt, seine neue Prognose für Cardano liegt bei 150 Dollar. Ich, geil, ich bestelle mir eine Yacht, ich gehe in Rente. Ich sollte mich mal meinen Mann vorher informieren und fragen, ob er mitkommt. Aber ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen dachte ich, ich muss unbedingt Video machen, euch warnen und sagen, bleibt breit gestreut, investiert nicht nur in Token und Coins, auch in Aktien, in Immobilien, in Cash, in Gold. Vergesst diese goldene Regel nicht, gegen die ich selbst gerade verstoße und sage, es ist so schwer gegen seine Emotionen anzukämpfen. Es sagt immer, schaltet die Emotionen aus. Wer kann das schon? Alles sind Menschen. Und jetzt haltet euch fest. Matthias, sagt euch erst mal, was hinter Cardano steckt, wo der aktuelle Preis ist und warum er glaubt oder ob er glaubt, dass die Prognose von 150 Dollar schon dieses Jahr eintreffen wird. Seid gespannt. Oh weh, Katja, du hast es fast auf den Punkt gebracht. Das Thema ist in Wahrheit alles rund um den Gründer, wenn man so will, oder um den Founder, den Charles, der polarisiert, charismatisch ist, sehr, sehr präsent ist. Und wenn uns eines aufgefallen ist, gerade die letzten, kann man sagen, eineinhalb Jahre, wo mit Elon Musk ja jemand, ein Multimilliardär und Strahlemann sozusagen die Grüptobühne betreten hat, dann wissen wir, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt sehr, sehr gerne diesen charismatischen, eloquenten Menschen, die sich natürlich auch auskennen, folgen und ihnen quasi an den Lippen hängen und jedes Wort auf die Waagschale werfen und sofort ihren Geldbeutel zücken, wenn diese oder jene Person sich positiv oder auch negativ zu dem einen oder anderen Coin-Projekt äußert. Und hier ist aus meiner Sicht beim Herrn Charles ein wenig die Grenze überschritten worden, weil wenn ich als eigener Erfinder sozusagen meines Projektes, Cardano, das sich ja anschickt, sozusagen die dritte Blockchain-Generation zu sein. Also Sie vergleichen das, Bitcoin war sozusagen die erste Generation, Ethereum ist die zweite Generation und Cardano wird sozusagen diese dritte Generation an Blockchain, an Open-Source-Blockchain, die sozusagen die eierlegende Wollmilchsau sein wird, die alles machen kann, was man sich nur derzeit vorstellen kann und noch viel mehr. Und er haut einen raus mit einer Kursprognose von 150 US-Dollar auf einen Coin. Also wir reden hier derzeit von einem Kurs von 2,5 US-Dollar, stehen wir jetzt aktuell. Wir haben Coins, 45 Milliarden Coins, zwar noch nicht im Umlauf, aber 45 Milliarden Cardano oder ADA Coins wird es geben. Und wenn wir das hochrechnen, tja, da sind wir weit über 500 Milliarden an Marktkapitalisierung, die hier der Charles vorgibt, wo wir jetzt gerade aktuell bei knappen 79 Milliarden stehen. Also das ist schon, wie soll ich sagen, wenn der Gründer sich so weit vorlehnt mit einer Preisprognose, dann höre ich alle Alarmglocken schrillen. Auf der anderen Seite muss man eins dazu sagen, das Cardano-Projekt, diesen Leitplan oder diesen, wie sagt man so schön, den Zeitplan, den sie sich selber genommen haben mit den Updates, wann werden wir was freischalten, für was ist was geplant, das haben sie im Großen und Ganzen die letzten eineinhalb Jahre abgearbeitet. Also da gibt es auch nichts zu rütteln. Das nächste Update steht an, das Alonso-Update sozusagen, das dann auch die Smart Contracts auf der Cardano-Blockchain erlauben wird. Das soll mit 12. September freigeschalten werden. Bis dato hat es aus meiner Sicht keinerlei Probleme gegeben bei den Updates. Das heißt, technisch ist das, was bis jetzt kommuniziert wurde, auch eingehalten worden. Und insofern muss ich sagen, okay, da schickt sich jetzt wirklich jemand an, eine Cardano-Blockchain an, einmal auf die Ethereum-Blockchain, die wirklich noch großen Vorsprung hat, das muss man einfach so zu sagen, aufzuschließen. So, und dann muss man eines sich vor Augen führen, nämlich, Ethereum ist ja auch kein starres Projekt, das sich jetzt irgendwie auf die Lorbeeren ausruht, sondern auch gerade bei Ethereum gibt es laufende Updates und Verbesserungen. Das heißt, wenn hier Ethereum jetzt diesen Vorsprung, den sie ja noch haben auf Cardano, durch ihre Updates eigentlich laufend einhält, dann ist halt die Frage, wie will Cardano dann überhaupt Ethereum überholen? So, und auch wenn sie jetzt sagen, sie sind die dritte Blockchain-Generation, also aus meiner Sicht, ja, aber wie gesagt, ich bin kein Techniker, ich kann mir das nur von den wirtschaftlichen Gegebenheiten her vorstellen. Also da ist noch relativ viel Luft nach oben und die Frage ist halt, ja, was macht Cardano als sozusagen Wettbewerbsführer, wenn man das ganze Thema der Infrastruktur, der Open-Source-Blockchain heranziehen möchte? Was wird Ethereum machen? Weil alle wollen sozusagen Ethereum einholen. Ob das jetzt Polka ist, ob das Binance-Chain ist oder wie auch immer, alle sagen, okay, unser Motto, unser Motiv, unsere Vision ist sozusagen, wir wollen besser als Ethereum, besser als nicht. So wie wir immer sagen beim Aktienbereich oder so beim Weinzenhändler, so quasi das Amazon-Narrativ, ja, heranzuziehen, das macht man halt auch im Cryptospace für Ethereum. So, und Charles kann diese Klaviatur sehr, sehr gut spielen, weil er natürlich auch das Spiel mit den Medien und mit den Investoren sehr gut kann. Und deswegen, ja, ist das natürlich eine Mischung, die für den einen oder anderen, der in Cardano investiert ist, so wie wir beide, Katja, das können wir ja schon ruhig sagen, natürlich positiv, weil er den Kurs natürlich pusht. Aber die Frage ist halt wirklich, ob er es schaffen kann, mit diesem Coin-Projekt das auch wirklich umzusetzen. Und Ethereum, und das möchte ich wirklich nochmal betonen, ist durch die Updates, und die meisten Entwickler sitzen eben bei Ethereum, die meisten Anwendungen, die meisten Transaktionen, die finden einfach auf Ethereum statt. Das heißt, was muss hier ADA, Cardano besser, doppelt, dreifach besser machen als Ethereum, damit man hier wirklich ernsthaft als Konkurrent auftreten kann? Ich weiß es nicht. Ansonsten muss man sagen, diese ganzen Infrastrukturgeschichten, wir haben es schon etliche Male in den Videos thematisiert, Katja. Es ist so, wir können auch nicht wissen, wer in fünf Jahren sozusagen die Infrastruktur im Thema Open-Source-Blockchain liefern wird. Deswegen breite Streuung, einfach auf mehrere Infrastrukturprojekte setzen und dann abwarten. Das ist so wirklich eine gute Vorgehensweise. Da kann man aus meiner Sicht auch ruhigen Gewissen sich dann auch zurücklehnen und zuschauen, wie sich die Projekte gegenseitig dann sozusagen aufschaukeln, weil Wettbewerb, und das ist schon extrem wichtig, Wettbewerb ist einer der Grundpfeiler. Der Kampf um Investoren, der Kampf um Developer, der Kampf um Projekte, um Reichweite etc., das gibt dann den Projekten noch einmal so einen Zündstoff, einen Turbo, der sich dann natürlich auch kurstechnisch niederschlagen wird. Insofern, ich wünsche dem Charles alles, alles Gute. Die Pläne sind her und sehr, sehr ambitioniert. Ja, lassen wir ihn doch einfach arbeiten und schauen gemütlich von der Seitenlinie aus zu, oder Katja? Ja, es war jetzt im Mai ein großer Kursrutsch und ich habe damals gedacht, eigentlich müsste man jetzt aufstoppen, aber ich habe, wie gesagt, schon zu viel in Cardano reingeballert, dass ich dachte, jetzt reicht es langsam. Und im Nachhinein habe ich wieder festgestellt, da lag Cardano, glaube ich, bei 90 Cent, Eurocent. Und ja, man sollte doch wirklich dann die Chance nutzen, wenn alle Angst haben, wenn es nach unten geht. Und wie Charles so schön sagt, Welcome to Crypto. You may come in a little late. You guys can't get 500 or 900% gains without expecting some pullbacks. That's how the world works. Crypto is very volatile, it's very unstable, goes way up, goes way down. Was ich cool finde, ist einfach so gelassen. Und auch auf die Frage, was er denn zum Cardano-Preis sagt, hat er ja in einem Video vor einem Monat ungefähr gesagt, ach, keine Ahnung, wir gehen jeden Tag in die Arbeit und wir arbeiten weiter an Cardano. Das fand ich sehr positiv an ihm. Was mich dann doch geschockt hat, war gestern, wo er meinte, ja, 150 Dollar Kursprognose Cardano. Da dachte ich, braucht er jetzt Geld für seine Biotech-Firma oder was ist los? Ich meine, er ist Milliardär, er sieht auch nicht so aus, dass er so viel Kohle raushaut, außer für seine Firmen. Er ist Mathematiker, er ist hochintelligent. Wenn ihr euch den mal anschaut, ich werde euch unten unter diesem Video ein Video verlinken von Charles, wo ich sage, das solltet ihr mal schauen. Und er ist, wie gesagt, du hast das Gefühl, da sitzt ein Kumpel bei dir im Wohnzimmer, wenn du den schaust und du lernst auch sehr gut Englisch. Er spricht wirklich gut, er hat einen Humor. Und was er nicht abkann, ist, wenn man ihn kritisiert, dann wird er echt emotional, weil manche sagen, er ist ein Guru, er ist ein Freak, glaubt ihm kein Wort und dann wird er richtig böse. Und ja, also da ist er schon sensibel. Und ich bin gespannt auf eure Meinung. Seid ihr Pro oder Kontra-Kart, Danu? Und schreibt es unter dieses Video und auch vergesst nicht an das schöne Gewinnspiel von Jessicas Buch. Ich bin auch sehr gespannt, wer die Gewinnerin oder der Gewinner sein wird. Am 1.9. ist die Verlosung. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag und schaut bald wieder rein bei finlandstieber.de und rette dein Geld. Tschüss. Alles Gute. Ciao.